Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Crash Windicoot Cortex Strikes Back. Ich habe mir jetzt mal gedacht, wir sind die ganze Zeit hier mit Crash rumgelaufen. Gehen wir doch einfach mal als Coco weiter. Ja, dann schauen wir mal im Snowbiz. Ich schalte einmal einen Weg vor, in dem du woanders... Warum sind die mal so schnell weg? Ich bin was mit Roten soll ich freischalten, aber... Rot ist was. Egal. Ähm... Egal. Extra Leben. Nein, Äpfel. Tschüss. Ah, okay. Ähm... Geht doch, ist das ganz gut. Was ist das denn für ein Ding? Ah, okay. Staffel Schwein. Nochmal... Nachelsch... Nein. Ich fühle es so witzig, wie dann auf einmal diese Schuhe und so weiter noch hoch fliegen. Achtung. Okay, I guess. Ich hab ein paar Schuhe zu erinnern. No. Ha. Was ist das denn? So. Das. Egal. Geh runter. So. Hallo. Warum hab ich noch zurückgezogen? Mist. Oh. Mist. Ich hab gerade gestanden. Egal. Mist. Vergessen. Oh. Dafür hab ich ihn noch vergessen. Boah. Checkpoint. Aber wenigstens kann ich hier nicht sterben. Also. Ich kann schon sterben aber. Ja. Wie man will. Egal. Ach. Willigstens kann ich die letzte Mal mitnehmen. Stopp. Gehen wir mich aber noch mit. Das war ein Thriller. Das war zu früh. Das war's. das war dämlich Neuer Versuch. Ah! Jetzt komme ich noch nicht mehr auf die erste Plattform. Das sollte ich noch mal sein. Ich... ich hätte zu viel. Ich darf mich so nutzen, ich merke schon. Mist. Ich darf nicht nur wegen einer Frucht zurückriffen. Ich bin zu schwierig. Jetzt bin ich jetzt ungeduldig. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, das hat auch der Crash genutzt an sich. Das hat für euch Crash völlig gut auch an. So an sich, dass man halt... ... irgendwie versucht so schnell durchzukommen. Ne? Autsch. Ohohohohohoho. Bluff. Freustell. Ohohohohoho. Warum bist du jetzt so magisch? Hä? Das Spital... Das veralbert mich gar nicht mehr als schon. Hm. Ich wäre jetzt halt am besten. Aber jetzt war ich zu schnell. Oh, ey. Oh, ey. hm ja 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 Oh. Egal. Hauptsache wir sind durch. Das ist mir jetzt gar nicht los und egal. Ach, zwei Läden, ja. Nein! Ich hab grad geschwungen. Ich bin grad geschwungen. Wer sagt, ich soll runter? Wollte ich grad sagen, dass ich jetzt tot bin. Ne, da hab ich nichts übersehen. Wollte ich nicht. Ich hab schon gesagt, dass ich nicht loskomme. Ich hab schon gesagt, dass ich nicht loskomme. Ja, Ende, wir filmen diesmal, wenn wir wenigstens die Hälfte und wer mit Bandits? Snowbills, wo ist es raus? Ah, okay. Zehn von 25 Kristallen. Du bist auf dem richtigen Weg. Mir geht die Energie aus, was die Kommunikation schwierig macht. Denk daran, ich zähle auf dich. Komodo Brothers. Das ist ja gut gemacht. Direkte Angriffe verletzen sie nicht. Oh. Hi. Wie geht's denn so? Wie geht's denn? Wie geht's denn? Wie geht's denn? Wie geht's denn, um ein bisschen zu holen? Wie geht's denn? Wie geht's denn? Oh, das ist ja leicht. Gut, ich darf nicht zu ernähren dran, denke ich schon. Das ist ein Fieber-Bong-Bong. Keine Kohle mehr. Was denn dann? Eine Handtasche. Oder zwei. Komplex? Nein? Ah, dann wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich, dann. Und was uns viel erwartet, wer sich wahrscheinlich schon auf Moderationen zu merken, das seht ihr erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Ey, mach mal dein Handy aus. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht, zu gucken. Ja, ich weiß nicht, Ende Level. Egal, schauen wir nun mal. Na ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Heavy Man.